Hallo, mein Name ist Walter Wittmann von der Firma Ribeck Machu. Mein Thema ist das Trocknen und das Lagern von Scheitholz. Wir sind der Spezialist für eure Scheitholztrocknung und meine Stadt heißt Wien. Liebe Holzwirmer, ein herzliches Willkommen bei Ribeck Machu bzw. Wood Movie. Wir beten uns heute mit einem ganzen kurzen Video und zwar wollen wir euch einen Abverkaufs-Spec zeigen, wo wir ungefähr 1500 Stück noch auf Lager haben. Da könnt ihr jetzt einen riesen Vorteil daraus schlagen. Zwischen 30 und 50 Prozent beträgt der Rabatt bei zwei verschiedenen Packtypen. Ich zeige euch jetzt den größeren. Das ist das Strong Boy Maxi. Hat ein Abmaß von 75 x 75 cm und 125 cm ist er hoch. Bringt sehr genau einen 0,75 Schütterometer bzw. einen halben Raummeter rein. Der Pack wird aufgelassen demnächst. Kommt wieder was Neues und deswegen gibt es einen wahnsinnigen Abverkaufspreis 6,90 Euro. Für den hier ohne Mehrwertsteuer und dem kleineren, den Strong Boy Mini, 5,90 Euro. Der Pack ist komplett ausgestattet mit dem maximalen Schlafensystem. Das heißt hier habt ihr oben acht Oberschlaufen, vier lange, vier kurze als Klettverschluss und unten habt ihr auch noch vier Schlaufen zum Entleeren. Als Unterschied zieht die Nadine ein bisschen auf das anderen Pack auch. Da habt ihr die Normalgröße. Das ist ein Captain Flash Simple Onway, der das doppelte Ausmaß hat. 1,5 Schütterraummeter bzw. einen Raummeter oder ein Steher im geschlichteten Zustand. Wenn sie die Packs haben wollt, rasch bestellen. Ich denke in den nächsten sechs bis acht Wochen wird mit dem Preis dann nichts mehr lagern sein. Mehr gibt es an und für sich dazu nichts zu sagen. Das Netzmaterial ist noch das gleiche. Das ist nur ganz wichtig. Das heißt ihr habt genau dieselbe Qualität wie bei den größeren Packs. Auch ein fünf Seiten Netzpack, das heißt vier Seiten rundherum mit Netz und auch unten. Und wie immer auf brennholz.at shop anklicken und dann bestellen. Wir verschicken das weltweit aus. Also auch in unsere Nachbarländer Deutschland, Schweiz sehr viele Kunden beginnt ja bald. Dann jetzt zukaufen und zuschlagen, bevor sie aus sind. Ich wünsche euch noch, wenn wir uns nicht mehr hören, vielleicht unser letztes Video vor Weihnachten ein geruhsames Weihnachtsfest. Liebe Grüße und einen Daumen hoch. Und nicht vergesst, unseren Kanal abonnieren. Danke sehr.